Sie wollen nicht mehr zur Miete wohnen und träumen vom Leben in den eigenen vier Wänden? Aber dieser Traum scheint für Sie nicht finanzierbar zu sein? Zum Glück gibt es die Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir unterstützen Sie beim Neubau oder Kauf Ihrer Immobilie, egal ob Haus oder Wohnung. Wenn Sie selbst in der Immobilie wohnen wollen und Sie wie jeder zweite Haushalt in NRW bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Wenn Sie bereits Ihr Traumobjekt oder ein tolles Grundstück gefunden haben, sollten Sie prüfen, ob Sie Anspruch auf ein Förderdarlehen haben. Und zwar bevor Sie sich entscheiden und verbindliche Verträge abschließen. Dazu gehen Sie einfach auf unsere Internetseite und geben im Chancenprüfer Wohneigentum die Daten zu Ihrer Einkommenssituation ein. Mit dem Chancenprüfer können Sie nachschauen, ob Sie die grundsätzlichen Voraussetzungen für ein Förderdarlehen mitbringen, mit welcher Darlehenshöhe Sie rechnen können, welche Bewilligungsbehörde für Sie zuständig ist und Ihren Antrag bearbeitet. Das ist in der Regel die Stadt- oder Kreisverwaltung. Die Bewilligungsbehörde vor Ort berät Sie ausführlich und prüft, ob Sie sich die Finanzierung leisten können. Danach haben Sie alle nötigen Informationen, um Ihren Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. Sobald Sie alle Unterlagen eingereicht haben, wird Ihr Antrag geprüft und, wenn alle Fördervoraussetzungen vorliegen, bewilligt. Anschließend erhalten Sie eine Förderzusage. Wie schnell das geht, hängt davon ab, wie vollständig die Unterlagen sind und wie ausgelastet die jeweilige Bewilligungsbehörde derzeit ist. Nach der verbindlichen Förderzusage erhalten Sie automatisch Ihren Darlehensvertrag von der NRW-Bank und eine Checkliste mit den einzureichenden Unterlagen für die Auszahlung. Sie erfahren auch, wer Ihr persönlicher Ansprechpartner bei der NRW-Bank ist und Ihnen bei allen Fragen zur Seite steht. Nun können Sie alle Verträge für Ihr Traumhaus abschließen. Den Förderkredit zahlen Sie in halbjährlichen Raten an die NRW-Bank zurück. Wenn Sie außerhalb der Reihe etwas mehr Geld gespart haben, können Sie dieses nach dem fünften Jahr zusätzlich zur Rückzahlung nutzen. Bei solchen Sondertilgungen fallen keine zusätzlichen Kosten an. Der Traum von den eigenen vier Wänden muss kein Traum bleiben mit der Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalen.